Also ich hatte ja schon mehrere Kronen im Mund, die über 25 Jahre alt gewesen sind und es war jetzt so langsam Zeit alles zu sanieren. In Deutschland war die Zahnbehandlung aber zu langwierig, also man hätte hier mal eine Krone ausgetauscht, da mal eine Krone ausgetauscht und das hat mir nicht gefallen. Und dann hat ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht, dass es mehrere große Kliniken gibt in der Türkei, in Istanbul, in denen ich eine Komplettsanierung machen kann und so bin ich auf Dentopol gekommen. Ich habe Dentopol angeschrieben und die haben mir sofort ganz freundlich, ganz lieb auf Deutsch geantwortet, so dass ich also den weiteren Schriftverkehr dann auf Deutsch tätigen konnte. Ich hatte noch Röntgenbilder von meinem vorherigen Zahnarzt angefordert, die waren aber schon zweieinhalb Jahre alt. Die wurden für einen ersten Kostenvoranschlag veranschlagt, also genommen. Ja und dann habe ich relativ kurzfristig einen Termin bekommen, bin von Dentopol vom Flughafen abgeholt worden. Die haben also einen Transferservice angeboten, haben mich hier ganz freundlich und ganz lieb begrüßt und in Empfang genommen. Der Eingriff ging auch relativ zügig, über die, also voran. Ich bin innerhalb von dreieinhalb Stunden fertig gewesen. Es war eine unangenehme Prozedur, aber auf jeden Fall für jeden auszuhalten und danach bin ich weiterhin sehr gut betreut worden. Dentopol bietet Kooperationshotels, eins davon ist das Dreamhill Hotel, das direkt 400 Meter von hier entfernt ist. So ist es einen schönen Spaziergang jedes Mal zur Dentopol-Klinik zu kommen. Ja, die Behandlung ist jetzt heute für mich erstmal abgeschlossen. Der erste Schritt. Ich habe also zehn Implantate bekommen. Die Wundheilung, das Einsetzen der Implantate ist vorbildlich gelaufen. Heute ist nun mein letzter Tag hier. Ich komme erst in einem halben Jahr wieder, wenn mir dann letztendlich die Kronen eingesetzt werden, die auf den Implantaten halten sollen und freue mich schon darauf, diese netten, freundlichen, warmherzigen Menschen hier wiederzusehen. Ich kann Dentopol nur empfehlen. Vielen Dank.